Yo, hier Stream Alarm und heute zeige ich euch Schokolade aus Getreide. Schauen wir direkt mal rein, hier steht eine Bäcker-Layout und in diesem Bäcker-Layout findet ihr Marie-Antoine Passier-Royal und ihr findet auch die Tortenkünstlerin. Das könnt ihr einfach in jedem Layout benutzen, wie ihr möchtet und aus diesem Layout, was ihr hier benutzt, da könnt ihr einfach Schokolade generieren. Denn wie ihr seht, produziert ihr jedes fünfte Mal eine Schokolade durch den Marie und die Tortenkünstlerin produziert auch jedes fünfte Mal eine Schokolade. Und so könnt ihr ganz platt sparen, ohne Kakao-Plantagen, ohne irgendwas anderes in der neuen Welt, einfach in der alten Welt Schokolade produzieren. Ihr braucht natürlich hier auch eine Abfallroute, das kennt ihr schon aus dem anderen Video mit den Bananen, die Abfallroute einfach planen. Schaut da mal rein, wie die Abfallroute funktioniert. So einfach ist es, in nicht mal einer Minute erklärt, wie ihr ganz einfach Schokolade erklären könnt. Das Getreide könnt ihr einfach ganz entspannt hier über die Speicherstadt einkaufen. Da habe ich hier nichts anderes als einen Export-Import reingepackt. Und einfach, wie ihr seht, da kaufe ich mit schweren Geschützen 25.000 Tonnen Getreide einfach ein und produziere ganz easy peasy über die Bäcker hier die Schokolade. So einfach ist es, platzsparen, Schokolade anbauen. Das war Streamerlarm für heute mit Schokolade aus Getreide. Bis bald. So einfach ist es, platzsparen, Schokolade anbauen. So einfach ist es, platzsparen, Schokolade anbauen. Vielen Dank.